hallo in diesem video geht es um ein hardware spezifisches thema und zwar möchte ich euch zeigen wie man mit einem am prozessor in die welt also mit einem cortex prozessor in die welt der am prozessoren oder mikrocontroller einsteigen kann dieses tutorial ist dann so aufgebaut dass man möglichst wenig sage ich mal geld ausgeben muss um sich die hardware anzuschaffen trotzdem bietet meiner meinung nach die auswahl der tools eigentlich eine stabile grundlage auch wenn ihr vielleicht beruflich später so ein prozessor einsetzen wollt anders als bei den diversen arduino und sonstigen projekten die dann sage ich mal relativ schwer produktiv einsetzbar sind oder es ist relativ schwer daraus ein richtiges produkt zu bauen und zu verkaufen weil es an einigen stellen doch nicht so ganz optimal ist aber für einsteiger natürlich gedacht wurde wenn ihr jetzt sage ich mal mit einem cortex prozessor was anfangt nur ganz kurz einfach vielleicht dazu am cortex m ist eine familie von neben 22 prozessoren und für dieses video habe ich mich für den cortex m0 entschieden das ist der kleinste prozessor aus dieser aus dieser arm cortex m familie und ist fast schon zu vergleichen mit so einem avr prozessor bis erwarten 32 bit controller und ja ist halt hat eine geringe stromaufnahme ist relativ klein und günstig und für so den start ist eigentlich sehr gut geeignet könnte ich gerne weiter hier informieren über die ganze familie und so weiter bei wikipedia was benötigt ihr ich habe mir dieses bord hier gekauft vom hersteller olimax und dieses bord ist halt günstig gibt es bei diversen deutschen einbietern zu kaufen etwas teurer als jetzt der preis auf dieser seite aber unter 20 euro dieses bord hat eben diesen einen controller und so ein bisschen peripherie drumherum und ja wird irgendwie von 6 bis 9 volt gespeist und so weit ist eine einfache lösung um da einzusteigen man hat damit eigentlich alles was man braucht bis auf den debugger anders als die ganzen kleinen systeme die man so bekommt dann dieses bord jetzt keine unterstützung für anfänger in dem jetzt ein debugger auf dem auf der platine verbaut ist sondern man braucht einen extraen debugger für diesen fall habe ich mir diesen seger debugger ausgesucht den gibt es in einer pro version die sollte ich weiß relativ teuer ist aber es gibt das ganze auch als eine art education version dieses ding kostet nur 50 euro ja dies ist nur in anführungsstrichen vielleicht 50 euro ist auch schon mal nicht wenig aber das ist ein guter debugger der ziemlich viele ich weiß nicht wie viel also viele oder unendlich viele flash breakpoints unterstützt was das ist könnte hier nachlesen und für private benutzung ist es kosten also nicht kosten also für 50 euro eben zu kaufen und ich habe mir den debugger hier bei diesem ak modul busshop gekauft also hier habe ich bekommen für 50 euro sind wirklich ein bisschen versandkosten glaube ich auch noch man braucht jetzt keinen nachweis oder so es geht also jetzt dass man ein quasi student ist oder sowas es geht eigentlich nur um privatpersonen auch wenn ihr professionelle entwickler seit in einer firma aber ihr wollt das zu hause nutzen dann könntet ihr euch das kaufen also man braucht jetzt keinen nachweis beim kauf dieses dings es kommt immer beim arbeiten dann so eine so eine lizenz hoch jeden tag also man akzeptiert sie eigentlich nur für einen tag immer und die sagt dass man das ding nur privat benutzen soll und nicht für kommerzielle zwecke damit liegen wir jetzt schon bei knapp 70 euro das heißt der debugger und dann eben die platine ist 24 euro sind 70 euro die man soweit braucht eins noch zu dieser platine hier ist ein cortex m kontrolle verbaut der aber von nxb also eine philips firma angeboten wird das heißt der kern der am kern ist von arm das ist eben dieser cortex m 0 aber der ganze kram drumherum wird dann von nxb bereitgestellt und ja die ganzen funktionen die man so in c code schreibt die bieten nxb in form einer bibliothek an und zwar um dieses lpc open das ist eine ansammlung von c dateien also c dateien headdateien die die ganze den ganzen zugriff auf die low level ebene ermöglichen das heißt die der zugriff auf register zugriff auf die ganze peripherie von dem controller wird abgebildet auf eine etwas höhere ebene dass sie eigentlich nur c funktion habt die einfacher zu benutzen sind als jetzt direkt in irgendwelche register zu schreiben was sie weiterhin machen könnte das ganze ist ein das einfach nur ein paket von von dateien ihr könnt das wo ich anschauen können die sachen ändern das ganze das ganze ist open source und gibt es für diverse controller von nxb also diese lpc controller und für diesen fall dieses video brauchen wir dieses lpc open vor lpc 11xx weil in diesem bord ein 11c24 controller verbaut ist so die seite geht schon mal auf und wir scrollen runter hier gibt es dieses lpc expresso lpc 11c24 für verschiedene ideas an also wird angeboten für verschiedene ideas zum beispiel für dieses lpc expresso was auf einem eclipse basiert so eine open source geschichte die bis 200 irgendwas kilobyte 256 kilobyte glaube ich kann man große programme erstellen damit in einer kostenlosen version oder unendlich großen wenn man die kauft oder man kann natürlich das ganze paket hier auch für die jährigen kommerziellen compiler downloaden wenn wir schon beim compiler sind den compiler und die entwicklungsumgebung für dieses video die ich mir ausgewählt habe ist ein compiler von ich weiß nicht wie man ja er und zwar diese embedded workbench ja eigentlich kostet das ding haufen geld aber für den einstieg gibt es eine kickstart oder kickstarter version man kann programme mit einer größe von bis 32 genau 32 kilobyte kompilieren und wenn man bedenkt dass wir jetzt hier nur einen prozessor von eben 32 kb flash haben ist es eigentlich perfekt und man kommt für so kleine anwendungen zu den anfang eigentlich kaum an diese größeren also für für den anfang ist es perfekt und ja später wenn man das kommerziell einsetzen muss man sich überlegen ob man es kauft oder vielleicht irgendwo eine alternative findet das ganze könnte hier downloaden ich müsste müsste ich glaube ich registrieren und zumindest müsste so ein paar daten hinterlegen und es gibt zwei lizenzen einmal so eine zeit begrenzte lizenz das ist so typisch für 30 tage könnte das ganze benutzen ohne einschränkung da funktioniert das nicht mehr und das ganze gibt es auch als dieses size limited lizenz auf 32 k für arm prozessoren begrenzt das könnt ihr benutzen eigentlich so lange wie ihr wollt nur halt eben die die kompilierte firmware für euren controller die darf dann nur 32 kilobyte groß werden ihr könnt das ganze downloaden müsste ich glaube ich irgendwo ich weiß nicht ob registrieren also die download ist kostenlos genau also ohne registrierung aber ihr braucht später wenn das programm installiert wird müsste euch eine kostenlose lizenz nummer beantragen von der von dem hersteller also freier und ja das ganze kostet halt kein geld auch so ein bisschen zeit um die ganzen daten auszufüllen so wenn ihr das habt habt ihr eigentlich schon das ganze toolkit für den anfang und wir liegen immer noch bei 70 euro das heißt die software kostet für den einstieg kein geld und ich setze einfach mal voraus dass ihr das alles habt und ich zeige im nächsten video dann wie man ein projekt ein neues projekt anlegt in der in der im network mensch wie ihr die dateien von lpc open einsetzt um daraus ein einfaches kleines programm zu schreiben was vielleicht einfach also auf diesem bord eine led ein und ausmacht da ist irgendwo eine verbaut und ja das war's für dieses video ich bin also ich freue mich wenn im nächsten video dabei seid für fragen anregungen video wünsche bitte benutzt die kommentarfunktion bei youtube ciao tschau ciao IO